Einen wunderschönen guten Morgen aus Dinkelsbühl. Hallo, hier ist Frau Mika mit kurzer Info. Wir sind nächsten Freitag und am Samstag auf der Messe Caravan Salon. Das heißt, Freitag und Samstag bleibt unser Geschäft geschlossen. Ab Montag sind wir dann ganz normal ab 9 Uhr wieder für euch da. Im Sinne dessen möchten wir auch uns bei euch recht herzlich einfach mal danken. Einfach mal danke für euer Vertrauen. Danke liebe Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kunden. Danke für euer Vertrauen und wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn ihr zu uns kommt. Vor allem, wenn unsere Kunden mit den Worten hier reinkommen, danke, dass ihr da seid. Heute sagen wir danke, dass ihr da seid. Wir wünschen euch in diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende. Hoffentlich mal wieder bis bald. Zu netten Gesprächen, tollen Begegnungen. Und wünschen euch bis dahin alles Liebe, alles Gute, ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.